So, jetzt haben wir zwei G-Ponys, aber das hat unser Faktor-Helter-Team dazu geschenkt zu sehen. 6,5 die Grundnote für LaVarilla L. und Johanna Löwenzau. Und jetzt haben wir noch zwei G-Ponys, Miss Moneypenny mit einem 12. Erhalt und dann ist die Direktmannschaft Armsfelde. Ich habe die G-Ponys mit einem 12. Erhalt und dann ist die Direktmannschaft Armsfelde. So, Jacqueline Grewe wohnt in Armsfelde, ist verheiratet und reitet mit Moneypenny seit acht Jahren. Und beschreibt ihr Pferd als, egal wie man springet, aber ein Makel hat Miss Moneypenny. Sie lädt die Struktur an. Sie lädt die Struktur an. Sie lädt die Struktur an. Miss Manitani und Jacqueline Greve, Grotterdentlose, 6,0.